In der Demokratischen Republik San Palomo gab es schwere Ausschreitungen auf der Straße. Die bewaffnete Polizei des General-Pinto-Regimes ging mit... Ist dir bewusst, dass es Länder gibt ohne irgendeine Demokratie? Gut, dass wir hier dafür gekämpft haben. Du sagst es. Komm jetzt. Es sind Europawahlen. Gehen wir? Nein, ich bleib lieber hier sitzen. Na super. Nichts ist sicher. Nutzt euer Wahlrecht. Dieses Mal wähle ich. Europawahlen am 26. Mai 2019 Peace out. Untertitelung des ZDF, 2020